Was geht ab Leute, euer Frapsis hier, heute mit einem neuen Video. Wir checken auf jeden Fall den neuen GameChamp Shop vom 21.11.2019 ab. Leider Freunde ist das Ganze ein bisschen zu spät, ihr seht selber, wir haben 30 nach. Tut mir auf jeden Fall leid, dass ich das Ganze so ein bisschen verpasst habe, aber nichtsdestotrotz, von da werden wir mal da trotzdem reinschauen. Ihr könnt natürlich gerne mich supporten, indem ihr die Videobeschreibung öffnet. Dort könnt ihr den Link anklicken, da kommt ihr zu meinem Partner Instant Gaming und dort findet ihr auf jeden Fall sehr günstige Game Keys, die innerhalb von 2-3 Sekunden sogar geliefert werden. Also schaut doch mal gerne vorbei, um mich zu supporten. Jetzt würde ich sagen, dass ich zum neuen Item Shop switche, ich habe mir das Ganze noch nicht angeschaut. Let's go. Oh, oh man, ah, okay, 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 eine neue Sache haben wir, eine neue Sache haben wir. Ich würde sagen Freunde, wir fangen mal aber heute auf der linken Seite an, okay? Oh shit, okay Freunde, wir haben hier heute den Oblivion Skin und den Kriterion Skin am Start. Hier, zack und zack. Also, Oblivion und Kriterion. Kriterion, Freunde, jeweils auch Oblivion. War 109 Tage lang nicht im Shop. Insgesamt waren beide schon über 12 Mal drin. Dann, Freunde, haben wir hier den Terminusgleiter oder wie der genau heißt, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Auch ebenso 109 Tage her, dass er drin war. Ist nicht so cool. Ich habe den in der Xbox-Version, die ist besser, deswegen habe ich mir den nicht geholt gehabt. Wir haben heute auch die dunkle Farbenbomberin erhalten. Finde ich ganz cool so von der Optik, war zuletzt vor einem Monat drin. Insgesamt 11 Mal im Shop, ist aber jetzt nichts, was man unbedingt besitzen muss. Aber wir haben auch geile Sachen wie den Gleiter und die Spitzhacke. Die Spitzhacke finde ich mega geil, den Gleiter jetzt eher nicht so. Aber beides sind auf jeden Fall Sachen, die man sich gönnen kann. Dann, Freunde, haben wir hier Beast-Skins am Start. Waren zuletzt vor 42 Tagen drin, insgesamt schon 5 Mal. Spitzhacke mega cool und die weibliche Version mega cool, aber die männliche Version feiere ich irgendwie nicht. Dann, Freunde, haben wir hier Splittersichel, war jetzt auch eine etwas längere Zeit nicht drin. Habe ich mir nicht geholt. Vor 95 Tagen war es drin, insgesamt nur 2 Mal. Aber wie gesagt, ist jetzt nichts Besonderes, fühle ich irgendwie nicht. Lama-Glocke, 800 D-Bucks, richtig, richtig cool. Zuletzt vor 60 Tagen insgesamt 18 Mal drin. Dann, Freunde, haben wir hier nochmal den Aeronauten. Vor 72 Tagen drin gewesen, insgesamt 2 Mal. Ist auch kein Muss. Finde ich irgendwie komisch, keine Ahnung, fühle ich einfach nicht. Klappe die 14. Freunde, zuletzt vor 36 Tagen insgesamt 6 Mal drin. Und dann haben wir nochmal zuletzt Garnissen. Auch vor 150 Tagen zuletzt im Shop gewesen, insgesamt 11 Mal. Und heute, Freunde, haben wir einen neuen Emote erhalten. Glyphantanz. Schauen wir mal rein. Aha, okay. Ja, ist geil, Freunde. Geil, also kann man auf jeden Fall mit arbeiten. Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht schlecht. Werde ich mir mal holen. Mal schauen, wie sich das Ganze dann halt entwickelt. Aber ganz entspannt eigentlich. Also wie gesagt, kann man sich echt nicht beschweren. Coole Sachen. Gerne auch in meinen Server-Decreator-Code eintragen. FFBZ-Undich-YT. Vergiss nicht, Freunde, alle 14 Tage geht das Ganze weg. Müsst erneut eingeben. Wenn ihr mich supporten möchtet, gerne zu. Jetzt, Freunde, schauen wir uns auf jeden Fall nochmal ganz entspannt den Ready-Devail-Modus an. Und checken ab, was wir denn dort erhalten haben. Okay, Freunde, ich habe irgendein Geschenk erhalten. Ah ja. Ach, nichts Besonderes. Habe ich heute ja schon ein Video darüber gemacht gehabt, ne? Dann haben wir hier den Item-Shop. Was haben wir hier? Legere Tollschatz-Lama. Lass lieber die Finger davon, Freunde. Finde ich jetzt nicht so cool. Und hier auf der rechten Seite gibt es dann eine kleine Veränderung. Auf der linken Seite haben wir Rabe, Wolf, Aschafe, Dünnsenis, Yonzi-Bot, den Igor haben wir da am Start. Sonst nichts Besonderes. Auf der rechten Seite haben wir heute eine neue Waffe erhalten. Den Granatenwerfer und die Bodenstacheln. Ist auf jeden Fall ganz entspannt, aber auch nichts recht interessantes, würde ich sagen. Ready-De-Welt ist ein bisschen ausgelutscht, aber was wir machen, so ist das nun mal. Naja, mehr gibt es nicht zu sagen von euch. Ich verabschiede mich dann somit hier an der Stelle und würde dann sagen, wir hören uns auf jeden Fall im nächsten Video. Haut rein, geht mit dem Flow, euer Fraps und ciao. Bis zum nächsten Mal.